Mary Sin Young ist eine US-amerikanische Schauspielerin. Leben Sin Young absolvierte die Cleveland Tapes High School und studierte an der School of American Ballet in New York City. Nach dem Studium debütierte sie in einem Theater in Los Angeles. Ihre erste Filmrolle spielte sie 1980 in Gain Austin in Manhattan. In den 1980er zählte sie zudem begehrtesten Schauspielerin in Hollywoods und spielte in erfolgreichen Filmen mit. Young spielte im Film Blade Runner neben Harrison Ford im Film Der Wüstenplanet neben Kyle MacLachlan, Jürgen Prochnoff, Sting sowie Patrick Stewart im Film Wall Street im Film No Way Out. Es gibt kein Zurück neben Kevin Costner und Gene Hackman im Film Ace Ventura. Ein tierischer Detektiv neben Jim Carrey und Courtney Cox. Das Spielen von tragenden Rollen in den Erfolgsfilmen Batman und Dick Tracy scheiterten einerseits an einer Verletzung andererseits daran, dass sie aus dem Ensemble gestrichen wurde. Für ihre Darstellung der Zwillingsschwestern im Film Der Kuss vor dem Tode erhielt sie den Antifilmpreis Goldene Himbeere für das Jahr 1991 gleich. Zweifach. Einmal als schlechteste Schauspielerin und einmal als schlechteste Nebendarstellerin. Young nahm außerdem in der fünften Staffel der Reality-TV-Show Celebrity Rehab with Dr. Dref teil und ließ sich während eines Drogenentzuges begleiten. Young war von 1990 bis 2002 mit Bob Lujan verheiratet und hat zwei Söhne. Filmografie. 1980. Jane Austen in Manhattan. 1981. Ich glaub mich knutscht ein Elch. 1982. Küss mich Doc. 1982. 1982. Blade Runner. 1984. American Playhouse. 1984. Der Wüstenplanet. 1985. Baby. Das Geheimnis einer verlorenen Legende. 1987. No Way Out. Es gibt kein Zurück. 1987. Wall Street. 1988. Der Preis des Erfolges. Regie. Harold Becker. 1989. 1989. Seitensprünge. 1990. Airborne Flügel aus Stahl. 1991. Love Crimes Regie. Lissibon. 1991. Der Kuss vor dem Tode. 1992. Blue C.E. 1992. Colors of Crime. 1992. Es war einmal ein Mord. Sieben Gauner und ein Dackel. 1993. Even Cowgirls Get the Blues. 1993. Crazy Instinct Regie. Carl Reiner. 1994. Mir Arsch trug Bild des Todes. Regie. Paul Williams. 1994. Hinrichtung Live. Die Bestie muss sterben. Regie. Tommy Lee Wallace. 1994. Ace Ventura. Ein tierischer Detektiv. 1995. Dr. Jekyll und M.S. Hyde. 1996. Das Böse hat ein Gesicht. Regie. Rob Fresco. 1997. Männer sind zum Küssen da. Regie. Zoe Clark Williams. 1997. Wayne Vader. Killer aus einer anderen Welt. Regie. Mark Rossman. 1997. Nach gefährlichen Regeln. 1997. Die Hawking Affäre. 1998. Final Escape. Regie. Richard Trafford. 2000. Ein Strauß Schwestern. Regie. Anne de Salvo. 2000. Eine Diebin zum Verlieben. Regie. Sheldon Wilson. 2001. Sugar und Spice. 2002. Das Denver Attentat. Regie. Douglas Jackson. 2002. Nebenan lauert der Tod. Regie. Joey Travolta. 2003. Vergiss die Toten nicht. Regie. Michaels Dorrerei. 2007. Jessie Stone. Alte Wunden. 2010 zu 2011. Schatten der Leidenschaft. 2013. J.U.G. Face. 2015. Bonne Tomahawk. Auszeichnungen und Nominierungen. Oldenburg Film Festival. 2014. Auszeichnung mit dem Star of Exilus auf dem Walk of Fame. 1996 Nominierung in der Kategorie Schlechteste Schauspielerin für Dr. Jekyll & M.S. 1996 Nominierung in der Kategorie Leinwandpaar für Dr. Jekyll & M.S. Heidt. Schockfest Film Festival 2014 nominiert als Beste Darstellerin für Crazy Town. Deutsche Synchronstimmen. Xinjiang wurde in Deutschland Tuar von Traudel Haas und Katja Nott gesynchronisiert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017